Musik Moin zusammen und willkommen zu diesem Vlog aus dem Arlberg. Die ersten Tage war es ziemlich grau und schaut mal wie es heute aussieht. Man sieht nichts. Mega krass geiler blauer Himmel, deswegen gibt es heute eine große Tour, mit der ich euch hier mitnehmen will. Und zwar normalerweise sind wir hier einfach in der Nähe von Zürs Lech rumgefahren und heute wollen wir eine große Tour starten. Und zwar geht es los in Lech über Zürs nach Sankt Anton, Sankt Christoph, Stuben, zurück nach Zürs, Martloch, Wart und nach Hause. Ich bin sehr gespannt, es wird eine lange Tour und somit kann ich euch ein bisschen zeigen, wie das hier in der Nähe aussieht. Das ist schon mal ein Teil der Truppe. Sag mal hallo in die Kamera. Hi, grüßt euch Jungs. Und Mädels. Eigentlich bist du nur einer. Also grüß dich mein Lieber. Ja, das ist ein Teil der Truppe, gleich kommt Alisa noch dazu und Alexander und mit denen werden wir hier einmal die Tour machen. So, der schwerste Teil des Tages ist jetzt geschafft. Jetzt kann es noch besser werden. Das Gute ist, ich habe es auf Kamera. Ich habe auch sehr, sehr elegant durchhinkommen. Extrem elegant. Das könnte ein guter Tag werden. Ja, genau. Ja, genau. Aber wir gehen uns runter zur Rufibahn und dann fahren wir auf den Berg da hoch. Da hoch, das Stück. Und dann runter. Na los. Wir kommen zu einem meiner absoluten Lieblingsausblicke hier in dem Gebiet. Und zwar, wenn man hier aus dem Rufekopf rauskommt. Dieser Hang hier. Diese Schatten, diese Wellen in den Bergen. Einfach der Hammer. Und go! So, die Herren, noch einmal für die Kamera. Wo sind wir jetzt? Moment. Das hier ist erstmal… Hexenbogen. 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 Die Planung läuft einwandfrei. Es kann eigentlich nicht schief gehen. Jeder weiß genau, wo es lang geht. Also du meinst als Zusammenfassung, wo kommen wir jetzt an? In Alferaut oder Walferger und dann geht es nach St. Christoph. Und von St. Christoph nach St. Anton. Das war auch mal eine saubere Aussage. Musik So, wir sind hier kurz vor unserem Anton. Und gleich kommen wir am Moserwirt vorbei. Gute Erinnerung mit Dennis, Tini und Sabrina. Wie wir da vor fünf, sechs Jahren eine kleine Saufsession gelegt haben. Da ist er! Es ist super geil, super geil, sie ist super geil, super geil. Good times. Willkommen zu St. Anton. Sieht insgesamt doch schon mal deutlich brauner aus als in Lech. Ja, ja, heiß. Kurzer Zwischenstand. Wir haben bisher fünf Abfahrten. Wir sind 15,1 Kilometer gefahren. Und wir haben 2.556 Höhenmeter gefahren. Neue Maximalgeschwindigkeit für den Trip 78 kmh. Oh! Oh! Und weiter geht's. Das Wetter hat besser geworden. Das merkt man auch daran, dass man sich anstehen muss. Das ist das, was wir gerade fahren. Berauscht vom Walzen rauf. Das erste, dritte ist geschafft. Das ist Baluga 2. Da darfst du nur mit einem Führer hochfahren. Mit Führer darfst du dann mit dem Ski runterfahren. Okay. Oder du darfst hochfahren ohne Ski. Ach was. Mit Ski und mit Führer oder ohne Ski. So, wir steigen jetzt in diesen Aufzug ein. Und wie ich es schon angekündigt hatte, gab es die letzten drei Tage nicht so viel schönes Wetter. Und nachdem wir jetzt genug Sonnenschein-Ski-Szenen gesehen haben, gibt es nun ein paar Aufnahmen von den letzten Tagen. Also das Wetter nicht so geil war, aber filmtechnisch eigentlich fast noch geiler aussah. In der letzten Zeit, wir sehen uns beim nächsten Mal, nochmal. Und die guten Tag war, wir waren zum nächsten Mal, noch ein paar Aufnahmen. Ich glaube, es war ein paar Aufnahmen in die Nacht. Oh, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und jetzt haben wir uns beim nächsten Mal ein ko Cold. Und ich bin bei der Zwischenzeit. Allt azt kommen die Zeitung. Und der Zeitung ist beim nächsten Mal. Und ich bin 15, Database in den Momentan. Ach fick. Und ich bin sehr wahr. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, wir sind jetzt hier bei der berühmten Martlochbahn, die dafür bekannt ist, dass sie sehr, sehr lang ist. Und es ist nur so ein ätzender Zweiersessel, der nicht geschützt ist. Der Bergabschluss ist so gelegen, dass es immer so ordentlich durchpfeift. Wir hoffen, dass wir gleich wohlig, warm, nicht erfroren am Ende der Martlochbahn ankommen. Und Rotwein trinken. Auch das. Willkommen zur Kriegereifel, meiner Meinung nach gemütlichsten und besten Hütten hier. Was steht da? Please wait. Englisch kann ich nicht. Ja, auch wenn man warten muss. Es ist die gemütigste Hütte am Urigsten und es gibt extrem leckeren Kaiserschmarrn. Falls ihr euch gerade wundern solltet, warum Bild und Ton nicht synchron laufen, liegt das daran, dass ich bei dem Originalvideo hier, das ich aufgenommen habe, nachdem ich von der Piste runtergekommen bin, leider das Mikrofon nicht richtig an die Kamera angesteckt habe. Von daher gibt es keinen Ton. Daher gibt es hiermit jetzt nochmal ein kurzes Resümee von dem Tag. Wir sind insgesamt 36,5 Kilometer Piste gefahren, waren 1 Stunde 46 aktiv unterwegs und haben 6713 Höhenmeter zurückgelegt. Das ist jetzt nicht unendlich viel, aber ich finde es doch ganz ordentlich. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass ich hoffe, dass ich euch einen coolen Einblick geben konnte, wie der Alberg so aussieht und einfach die Vielfalt zeigen konnte. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und falls euch das Video gefallen hat, wie immer, vergesst nicht ein Like zu hinterlassen, falls ihr es nicht schon getan haben solltet. Abonniert diesen Kanal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.